Willkommen zu Frequent Traveller TV, heute zu einer frühen Stunde. Eine frisch gepresste Folge am Sonntag. Schauen wir mal, ob wir heute eine Folge noch mit Mario hinkriegen. Aber die Themen, die ich für euch vorbereitet habe, sind nicht minder interessant. Qantas Airbus A350 1000er ULR kommt später. Hatte ich irgendwo in der Sendung gesagt, ihr habt gefragt, warum hast du uns das nicht erzählt? Ja, werde ich heute tun. Gepäckgebühren bei United Airlines werden erhöht. Und habe ich auch irgendwo erzählt am Rande, ihr sagt, da möchte ich mehr wissen. Mache ich heute auch. Dann Lufthansa setzt im Redleys Airbus A220er ein von AirBaltic. Dann haben wir als Thema Airbus Flugzeuge, beziehungsweise auch alle Flugzeuge von Lufthansa können mit Personal beredet werden, die nicht aus Deutschland zum Beispiel stationiert sind. Viele von euch wissen gar nicht, dass es auch Crews gibt, die aus Asien kommen. Und wir haben als letztes Thema Austrian Airlines, die Boeing 787 kommt etwas später zur Austrian Airlines. Ihr wisst an dieser Stelle auch mit meinem erguldenen Erscheinen. Hier die Lampe ist gülden. Und ich finde das auch mit dem Video-Hotelzimmer, das sich hier in Tallinn spiegelt. Spannend. Auf jeden Fall den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, zu kommentieren. Und dann kann ich zum Frühstück nämlich gleich gehen und das Ganze genießen. Als Kanalmitglieder werde ich euch das Ganze wahrscheinlich unkommentiert einfach schon hochladen. Und die Texte werde ich dann nachreichen, weil ich gleich noch einen Termin habe um 9 Uhr. Also denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, zu kommentieren, Kanalmitgliedschaft und vielleicht kommt ihr nach Tallinn, damit ihr auch diesen Blick aus dem Hotel habt. Denn dieses Hilton ist unser Hotel in Tallinn. Das erste Thema, was wir heute haben, ist das Thema Lufthansa. Und da, die setzen Air Baltic im Wet Lease ein. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, schlimm ist es nicht. Ich finde das kein Problem. Aber wie findet ihr das? Denn gerade ab München, wo man ja das mit dem 320er besonders stark spürt, weil die 320er mit den Triebwerksproblemen hadern und da in der Maintenance sind, muss man einen Ersatz schaffen und dann nimmt man halt A220er von Air Baltic. Die sind happy, dass sie die Flotte verließen können. Und ab dem Jahr 2026 sollen sie eh mit zwei 20ern fliegen. Zumindest nicht die Lufthansa selber Mainline, aber die Lufthansa-Tochter aus München, die Lufthansa City Airlines, die ja vielleicht auch City Line irgendwie ersetzt, beerbt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass die Kapazitäten von Air Baltic geleast werden. Das sind vier Flugzeuge, also auch jetzt nicht so dramatisch. Die Flugzeuge sind alle ja top in Schuss bei Air Baltic, sind neu. Martin Gauss hat ja gerade wieder neues Flugzeug entgegengenommen. Also insofern, da ist man im Kurs und die wollen da ja auch wachsen. Weiter ist es so, dass man die Flugzeuge auf den Europastrecken einsetzt und deshalb gibt es dort dann quasi für eine eine oder andere Überraschung, dass man in einem der sympathischen Flieger aus Riga sitzt. Ich selber finde die Crews nett. Bin ja auch VIP bei denen gewesen. Bin jetzt runtergerutscht, weil ich nicht so viel geflogen bin mit denen. Hab mich mehr auf Finnair und so weiter konzentriert. Aber ich kann sie wirklich nur empfehlen. Wir haben auch eine Air Baltic Insider Gruppe. Also wenn ihr auf Facebook unterwegs seid, geht in diese Gruppe rein. Es ist ja nicht so, dass das bei der Lufthansa die einzigen sind in der Gruppe, die auf Wettleys setzen. Es ist die Swiss, die hat ja auch auf die Air Baltic gesetzt. Dann Eurowings hat auch dazu geführt. Wobei man in der Schweiz natürlich sagen muss, dass dort Lohndumping dann als Thema war, weil natürlich die Crews etwas weniger bezahlt worden sind in deren Augen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man bei der Lufthansa ja auch CRJ 1.000er im Wettleys nimmt. Fünf Stück, wahrscheinlich weil Air Baltic gar nicht so viele Flugzeuge hat, wie sie verließen könnten. Und damit ist es so, dass man dort dann da die Flugzeuge hat. Ich weiß gar nicht, irische Cityjet bringt die CRJ 1.000er. Ich meine, die werden auch alle nur weiß lackiert. Aber lassen wir uns überraschen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. Wer von euch wusste, dass Airlines auch Crews einsetzen, die nicht aus Deutschland sind oder aus ihrem Heimatmarkt? Bei der Lufthansa ist das so, da gibt es ja auch Basen außerhalb, wo man Personal hat. Heißt also zum Beispiel aus China, Korea, in Indien, aber auch Japan. Finder zum Beispiel hat das ja auch, die haben ja auch Crew aus Bangkok. Die haben auch, glaube ich, japanische Crews. Und jetzt sagt man, wollen die Geld sparen? Geld sparen ist, glaube ich, nicht so, dass der Primus-Motor dahinter. Es ist eher so, dass die Leute, die in Japan oder auch aus asiatischen Ländern kommen, gewisse Standards haben, die wir nicht nachvollziehen können. Also wer von euch ja schon mal beim Japaner gegessen hat, der weiß ja, dass der Sushi und die Bento-Box in ganz bestimmten Weg drapiert werden muss und so weiter und so fort. Und natürlich auch die sprachliche Herausforderung. Natürlich gibt es Europäer, die das alles können. Natürlich gibt es Europäer, die auch die Sprache sprechen. Die Cousine meiner Mutter spricht zum Beispiel japanisch fließend, weil sie in Tokio ein Apartment haben. Also insofern, das gibt es schon. Aber für Fluggesellschaften ist es halt einfacher, wenn man dann auch lokale Leute einsetzt mit Lokalkolorit. Hat aber im Moment das Problem, dass man die gar nicht einsetzen kann. So viel wie die Arbeitsverträge das sagen. Das heißt also, man muss für etwas bezahlen, was man als Leistung nicht abrufen kann, weil viele Flüge gar nicht stattfinden können. Und deshalb hat die Lufthansa jetzt einen Schritt gewagt, dass man gesagt hat, hey, wir wollen sie etwas mehr auslasten. Deshalb fliegen die auch auf anderen Strecken. Sie sprechen übrigens teilweise kein Deutsch, was eigentlich kein Problem darstellen sollte. Aber der ein oder andere stört sich daran, genauso wie sich natürlich der Japaner daran stört, wenn jemand nicht japanisch spricht. Also hier nochmal schauen, dass man da nicht überrascht ist. Und diese sogenannten regionalen Flugbegleiter werden halt die normalen Crews verstärken, weil es da halt auch zu wenig Leute gibt. Das geht jetzt nicht darum, um Streiks zu brechen oder so, sondern es gibt einfach zu wenig Personal. Und das möchte man damit umgehen, um die anderen Strecken zu machen. Auch hier, um wieder Lombdumping oder anderen Vorwürfen entgegenzuwirken, hat Lufthansa auch direkt gesagt, es geht nicht darum, die Flugbegleiter, die nicht regional sind, also das heißt, die Stammbelegschaft aus Deutschland, wenn man es so nennen darf, zu benachteiligen. Im Gegenteil heißt, es ist halt so, dass man da nur einen dreijährigen befristeten Arbeitsvertrag gehalten hat und so weiter und so fort. Und wichtig sind dann, wenn die in den unbefristeten Vertrag kommen, dass die Deutschkenntnisse B2 haben. Also das ist dann jetzt gar nicht so. Und wer B2 nicht weiß, was es ist, das ist fortgeschrittene Mittelstufe. Also durchaus, dass man sich geradeaus unterhalten kann. Und ich bin da mal gespannt, was da passiert ist. Man gibt das denen auch als Sprungbrett logischerweise, dass man halt die Sprachkenntnisse dann mit dem Vertrag aufbauen kann, um dann einen ordentlichen Vertrag zu bekommen, der unbefristet ist. Also hier auch eine Möglichkeit, mehr Personal zu bekommen. Und Lufthansa muss das ja machen, weil sie kein Personal finden. Finna hat das auch. Die haben auch japanische oder asiatische Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen. Wichtig an dieser Stelle ist es auch zu wissen, dass man diese drei Jahre, die man im Vertrag geben durfte, nicht mehr darf. Es darf nach deutschem Gesetz nur noch zwei Jahre befristet werden. Also weniger Zeit, um eine B2-Stufe zu erreichen. Und deshalb gilt es neu, dass man bereits zu Beginn ein Niveau A2 nachweisen muss. Heißt also einfache Sätze. Ich weiß nicht, was ein einfacher Satz ist. Vielleicht eine Cola bitte oder den Gurt schließen. Ich kann es euch nicht sagen, aber ihr seid Profis. Ihr wisst, was ich meine. Wer bei Profi-Fluggesellschaften wie der Austrian Airlines unterwegs sein möchte, freut sich ja auf die neuen Boeing 787 Dreamliner. Aber da gibt es jetzt in Verzögerung schon das neue Kapitel, was gekommen sein, was kommen soll, wurde ja vor zehn Monaten schon irgendwie kommuniziert und man freut sich drauf. Aber es verzögert sich etwas. Heißt also, dass Anfang 2024 die erste kommen soll und im Sommer Flugplan 2024 eingesetzt werden soll. Wir hatten ja berichtet, dass vielleicht sogar Ende Februar das kommen soll. Aber der Termin lässt sich leider nicht halten. Da gibt es Verzögerungen. Und zwar ist es so, dass man mit der Ankunft der ersten Boeing nun zwischen Mitte und Ende März errechnet. Heißt also, dass die zehn Dreamliner, die aus der Lufthansa-Bestellung kommen beziehungsweise auch teilweise aus der Sprinter kommen, ist es so, dass es zwei Gebrauchte kommen ja auch. Heißt also, dass man jetzt von der Bamboo Airline, die bekommt, die sind rund vier Jahre alt, die Kennung Lima Papa Mike und Lima Papa Lima erhalten. Wichtig ist auch, dass diese Flugzeuge halt vom Leasing her sind. Die sind von der Leasingfirma ZF Ireland Aircraft 83 Limited to Dublin in 35 Fitzwilliam Place, Ireland. Also damit ihr wisst, das Flugzeug ist auch geleast, was jetzt nichts Schlimmes ist. Und wir warten jetzt auf die Einflottung. Haben wir jetzt den Grund überhaupt gehört? Ja, also im Prinzip mit der Boeing-Verzögerung aus der Tranche von den bestellten Flugzeugen, da gibt es dann halt Verzögerung. Und wir haben noch eine weitere Verzögerung aus dem Hause Airbus. Da geht es um das Project Sunrise. Das Project Sunrise ist ja etwas, was relativ spannend ist, dass man von Australien nach Europa fliegt. Und dafür braucht man die Airbus A350-1000er ULR, also Ultra Long Range. Diese haben Zusatztanks natürlich, weil sie es sonst nicht schaffen. Und diese Zusatztanks machen jetzt etwas Maläsche, weil sie Probleme bereiten. Und zwar ist es so, dass man von Melbourne aus und Sydney nonstop nach London und New York fliegen will. Und man hatte sich der 350-1000er verschrieben, weil die 777X ja noch nicht ausgeliefert wird. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man mit dem Flugzeug jetzt Verzögerung hat. Und zwar ist es so, der Mitteltank muss neu gestaltet werden. Die Behörden sind nicht ganz zufrieden mit dem Mitteltank. Und das ist auch okay so. Christian Scherer, Chef der Verkehrsflugzeuggeschäfts von Airbus, sagte bei der Singapore Airlines dieses, dass man da halt am Tank nacharbeiten muss. Und es gab ja auch dieselben Probleme beim A21XLR mit dem Zusatztank. Und der halt genau hinter dem Fahrwerkschacht ist und die Decke. Da muss vielleicht Isolierungsschicht oder irgendwas, was da gemacht werden muss. Und wie immer im Leben gilt natürlich, better safe than sorry. Das letzte Thema heute am Heiligen Sonntag, was wir haben, das ist United Airlines. Und die erhöhen die Gepäckgebühren. Die Gepäckgebührenerhebung als solches ist immer wieder befremdlich, wenn man zum Beispiel ein Thema hat, dass das Gepäck mehr kostet als der Flug selber. Zum Beispiel im Flug Los Angeles Las Vegas One Way oder Las Vegas Los Angeles kann gerne mal so um die 45 Dollar kosten. Und das Gepäck soll kosten auch irgendwo 45, 50 Dolores. Wenn man keinen Status hat, weil das ist ja halt so ein Leitticket, was kein Gepäck inkludiert hat, das ist dann schon irritierend. Und ihr wollt jetzt wissen, wie das ist. Alle neuen Tickets, die halt gebucht wurden ab dem 24, also seit gestern haben diese neue Regelung. Und zwar ist es so, der normale Kunde muss 40 Dollar bezahlen, wenn er das im Counter kauft. Wenn er es vorab kauft, sind es 35 Dolores. Das zweite Gepäckstück sind 50 Dolores. Im Vorverkauf 45 Dolores. Also das ist für den Statuskunden natürlich nicht tragbar. Der Statuskunde ab Silber bei United Premier Silber Member bekommt das Ganze für 0 Euro das erste Gepäckstück. Aber für das zweite Gepäckstück muss er 50. beziehungsweise im Vorverkauf 45 bezahlen. Für alle, die nicht wissen, wie sie das mit dem Status hinkriegen, weil sie ja kein Starlines Gold haben oder keinen Silber-Status haben. Weil nämlich für Starlines Gold gilt das selbe. Das erste Gepäckstück ist kostenlos, genau wie mit der Explorer Card. Aber das zweite schlägt halt mit 50 Dollar oder 45 Dollar im Vorverkauf nieder. Ist halt so, dass man, wenn man ein Marriott Titanium hat, kann man einen Status machen, und zwar einen Statusmatch zu Premier Silber bei der United. Nur so als Hinweis. Und damit ist es so, dass man bei United diese Gepäckpreiserhöhung durchgepumpt hat. Und ich finde es natürlich relativ interessant, dass amerikanische Fluggesellschaften jetzt, wo es mit dem Fliegen wieder bergauf geht und die Nachfrage steigt, dass man jetzt wieder anfängt zu melken. Und wichtig ist natürlich, dass ihr schaut, dass ihr einen Status bekommt und einen Status habt, um solche Kosten entgegenzurufen. Ich persönlich habe Hunger, deshalb muss ich zum Frühstück und renne jetzt los. Deshalb eine ultra kurze Folge. Aber ich wollte sie euch trotzdem hier am frühen Morgen geben. Kommt nach Tallinn, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, zu kommentieren, abonnieren. Kanal Mitgliedschaft Tallinn, kommentieren, abonnieren. Ihr wisst ja, wie das Spiel ist. Ich danke euch und ich gebe euch direkt was aufs Auge und das ist der Abspann hier. Also, bis dann. Ciao.